So, weiter geht's mit Quid und den ersten Rennen. Das sind nur drei Rennen. Drei Sonnen, zwei, zwei und drei. Okay. Zeig mal, gehen wir rein. Geh mal an den Cadideck. Gut, auf geht's. Outlet, äh, drei, äh, drei Runden, Oval. Das geht jetzt heute die Genie. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Christen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen. So, jetzt geht's. Ich kann trotzdem ins Rennen. Alles klar, fahr ein gutes Rennen. So, jetzt haben wir mal eine etwas andere Linie an die Bar. Oh, oh, oh. All dahin raucht es aber ganz schön gerade. Ich kann aber auch nicht wirklich nach vorne, ne? Da habe ich gar keine Chance, das immer zu beholen. Ich glaube, wir haben zwei Positionen gewonnen. Okay, das ist jetzt deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Da flog ein Teil. Jetzt sind wir jetzt mal 11 da. Aber jetzt wird man irgendwie nach vorne kommen. Ja, ich glaube, wie ich. Mmh. Das ist die letzte Runde, lass uns etwas an Boden gut machen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Besteck, aber egal. Das wird dann doch noch geholt, gut. So, geht es weiter mit dem zweiten Rennen. So. So, gut. So, nächste Rennen, der drei Runden. So, ich glaube, das geht wirklich los. So, wieder zu mir. So, das ist aber zu zwölf. So. So, sehr vorbeigedrückt. So, das hat es Zeit gekostet, hat sogar eine Position gekostet. So, ich bin schon vorbeigeflogen an beiden und jetzt sind wir wieder vorne. So, ich bin schon vorbeigedrückt. 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 Was ist jetzt? das jetzt das auto wird jetzt ein bisschen leichter nach so dass wir die mutterraube von mir das stückchen da das ist nicht passiert die letzte runde Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Level 55 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Letzte Runde. Ich muss mich jetzt konzentrieren, weil sonst das ganze Feld da gleich hinterliegt. Ich muss mich jetzt. Jetzt wird er wieder ein bisschen größer. Und die Felswand übrigens auch. Und die Felswand. Und gewonnen. Endlich. Mal was auf diese... Gut. So war durch mit der ersten Serie. Und die Felswand. Dann haben wir das durch. Und morgen geht es damit weiter. Ja. 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 Ja.